Ah, das Spiel fängt an. Nein, 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 nein. Bitte don't, 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 fang an. Fang nicht an, fang nicht an, fang nicht an, fang nicht an, fang nicht an. Ich muss Darkin noch eine Sprache mir schicken. Das ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Hier für dich, live auf der Aufnahme. Geil. Oh. Oh, ey, das schmeckt, das schmeckt echt nice. Vorhin hat das viel länger gebraucht, um eine Runde zu finden. Ich will auch eigentlich noch essen. Hoffentlich kann ich noch zu Ende essen. Okay. So, man sieht hier, ähm, keine Ahnung, was die da machen. Es gibt verschiedene Charakteren, aber anscheinend, ah, den ich wollte, ist anscheinend vom Vergeben. Ich wollte den da. Dann nehme ich halt den Shooter. Kann ich das irgendwie bestätigen? Ah, so funktioniert das. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Fähigkeiten funktionieren. Also, nehme ich mal lieber den Healer. So, ich habe vorhin schon eine Runde gespielt. Äh, die Map sah komplett anders aus. Ich war eigentlich, what the fuck is going on? Was ist das in der Map? Vorhin war ich in so einer Stadt. Und jetzt bin ich, jetzt bin ich hier. Ich spiele gerade einen Healer. Anscheinend bin ich Supporter. Das ist genauso wie bei League of Legends, Alter. Da bin ich immer dauerhaft Supporter. Auch wenn ich es nicht aufwähle. Das ist bloß halt immer Supporter. Mit meinen Schüssen, das ist nice, weil ich weiß schon, ich kann Gegner... Och, du Scheiße, Alter. Äh, ähm. Ähm. Ah, Hilfe! Ich kann Gegner Schaden machen. Oh Gott, Alter. Wie alle Champions das anscheinend machen. Aber ich kann, äh, mit meinen Schüssen noch meine Verbindertür hier. So, seht ihr das? Oh, shit, Alter. So, du kriegst eine Bombe, aber, Alter. Peng! Nein, na, immerhin kann ich jetzt was essen. Oh. Ich habe Flügel, weil jeder cooler Typ braucht Flügel. Leute, Alter. Ah, Ulti. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, was ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich habe einen Kill. Oh Gott, Alter. Ich küsse deine... ...dicken Lippen. Ah, ich komme dir hinterher. Oh, shit, Alter. Oh, 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 oh. 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 Ich hole mir die Assists. Ich hole mir der... Peng. Und jetzt? Komm schon, Komm schon. wer geht hin heftig oh shit alter oh shit ich spiel ja mega gut das spiel geht ja mega schnell vorbei gerade oh oh leider warum geht er alleine da rein ich habe dich gewarnt ich habe es nicht aber wir tun so oh gott okay ich bin tot ich bin tot ich bin tot springer vorne was gut am sterben ist man kann ja nicht mehr essen ich hoffe sollte ich irgendwann mal sterben dann hoffe ich dass ich im himmel oder in der hölle wo auch immer ich hinkomme ich hoffe das gibt es gut was zu essen alter nice ich habe meine assist ich stehe 126 das ist not bad glaube ich ich spiel das gerade zum dritten mal das ist mein drittes match ach du scheiße geh geh verrecken alter what the fuck nice ich habe den kill gemacht alter ich bin zu gut also ich ich fange an zu strippen ey oh leute verdammt okay ich habe jetzt zu ende gegessen jetzt darf ich nicht mehr sterben ja auf doppel kill zu machen alter der typ dreht voll durch oder bekomme ich euch das stand einer wird gott ich krieg dich nicht ding sonne oh 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 oo ich hab noch ein kill die leute hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns einfach ok ich helpt euch damit so sure ma ich hab ich bin doch eigentlich kleiner damage dealer Normalerweise müsst ihr wissen, ey Na gut, ich bin extra gestorben, damit ich einen Schluck nehmen kann Normalerweise müsst ihr wissen, ich bin Megaschlecht, wenn ich aufnehme Also immer schlechter, als wenn ich spiele Aber jetzt, ist es bis jetzt meine beste Runde Ich habe als Supporter 5 Kills Ich glaube, ich hatte insgesamt in den 2 Runden, die ich vorher gemacht habe, noch nichts So viele Kills insgesamt Also die Runde ist auf jeden Fall safe, Alter Die gewinnen wir, oder? Leute Oh, ich komme euch zu Hilfe, ich komme euch zu Hilfe Oh, 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 oh Nicht gut, nicht gut Oh, oh, oh Ich warte auf meine Kameraden Warum hast du so einen riesen Lolli, Alter Die würde Katja aber auch gerne spielen, ey Da bin ich mir ziemlich sicher, Alter Sie mit ihren dicken Lippen, Alter Sie nimmt ihn in den Mund Mann, das ist doch gesund Ich hab schon wieder ge... Ich bin voller Abstauber Nevermind, ich bin gut Oh Gott, ich komme da nicht mehr weg Vergiss nicht Vergiss nicht, ich sterbe absichtlich, damit ich trinken kann Ey, das schmeckt echt nicht bad Also, Booster Cola kann wirklich im D Okay Ich trinke den grad zum ersten Mal Hm Hä? Okay Wow Machst du fein Was ist das? Ihr habt da irgendwas getötet Oh Gott, hier sind Feinde Falls ihr es nicht gesehen habt, Leute Ah, natürlich sofort auf den Healer Was ist das? Ich hab ne fette Kugel, ich hab den Ikidama Ah, ah, ah Warum hatte ich die? Und was sollte ich mit da machen? Telltale Confused Simulator 2018 Oh Oh Ah 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 Die haben wir Uh 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 Oh 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 Komm Heal 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 Oh shit alter Die machen wir platt Die machen wir Sowas von platt Da gibt euch nochmal das Und jetzt nochmal hier so ein Heal Oh Bitte Ich brauch Heal Oh Gott alter Oh shit Oh shit Oh shit Please don't Nein 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 Please let me go Please let me go Nice Was Auf geht's Auf geht's Warum so langsam What the fuck is going on Was ist mit dir los Was hast du denn geraucht Viel zu viele kippen Viele kippen Ich meine Habe ich gesagt Hab ich gesagt Gibt euch das Was macht der Was macht der Was ist going on Wofür brauchen wir diese Kugel Ich küsse Ich küsse deine Deine Lippen Alter Verdammt Ey Oh god Das war heftig Ich dachte gerade Kurz Ich hab den Oh was war das Ulti What is going on here Pam Pam Peng Oh Nein Sie ist auf den Healer drauf gegangen Die hat doch Lifestyle Oh Die Gegner Gewinn sogar Wir haben 28 Kills Die haben 31 Das sind richtig Die 31 Ich hab 7 Kills 20 Assists Sorry Ich bin MVP Als Support Leute Ihr Ihr seid einfach Kacke Nein Geh nicht Geh nicht Geh nicht Geh nicht Leute Warum gehst du zurück Wir brauchen Hilfe Gott okay Der ist down Der ist down Der ist down Warte drauf Der auch Der auch Der auch Komm 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 Down Was ist das Die ist ne Kugel Aber hier sind überall immer komische Kugeln Oh Das war sehr sehr knapp Oh Gott alter Wir sind so gut Wir sind so gut Ich brauch Healing Kriege ich Healing Wenn ich hier reingehe Oh Ja Ich kriege Healing Wenn ich hier reingehe Nice Was ist das F1 Was ist auf F1 Bitte lösche ich damit meinen Kanal Heftig alter Wir rasieren gerade Also im Teamkampf Hab ich das Gefühl Sind wir eigentlich im Vorteil Oh Gott alter Verdammt knapp Verdammt knapp Verdammt Okay Jetzt bin ich tot Ich bin nicht mehr MVP Die wissen einfach nicht was gut ist in dem Spiel Oh Gott alter Da mach ich den ab Oh shit Okay Das war verdient Sowas schon fertig gemacht Gerade What the fuck am I doing Quadragil Ey der Typ rastet aber auch gerade aus Jetzt ist er gefeedet Man kann zwar keine Items kaufen Oder kann man das Ich weiß es nicht mal Wir müssen die einen nach den anderen rausholen Okay Alle nach den anderen rausholen Leute Leute Wui Okay Bye Ah gute runden Ich carry Wisst ihr was auch noch dick ist Diese dose hier alter 1 liter booster Ich trinke eigentlich gar nicht so viele energy so was ist da mit der kamera los Oh mein Gott Oh nein Das sei Wow Um diesen fucking witz zu reißen muss ich jetzt meine kamera wieder richten Haha Heftig Mach sie weg Danke Danke Go go power rangers Go go power rangers Nein läuft weg Komm ich gebe euch heal Jetzt Jetzt aber Während die alle tot sind Oh die sind ja gleich sofort alle wieder da Man kann ja gar nicht wirklich pushen Leute What the fuck are you doing Da ist ein heal What are you doing over there Leute Nein 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 das ist nicht gut da zu fighten Das ist nicht gut gerade Der fight Der fight verläuft nicht nach Plan Hier Ist das überhaupt mein hier Was machen meine Fähigkeiten Das ist hier die Frage Wisst ihr welche Frage euch sich jeder Muslim stellt Wenn er bei Burger King ist Schwein oder nicht Schwein Das ist hier die Frage Rassistische Witze Make me king No joke ich hätte das nicht erwartet aber es schmeckt echt nice Das ist echt gut Defeat Das ist nicht gut Ich hab dicke Lippen Ich hab dicke Oh ich hab sogar den Charakter den ich haben wollte Nice Ich weiß aber nicht wer funktioniert Oh fängt an Alright Also der Boah ist der fett Äh ich meine Der ist breit Der hat Der hat dicke Rippen But okay Müssen wir den eigentlich irgendwie kaputt schlagen Oh warte Ich muss meine Fähigkeiten auspüfen Oh lol Nice Komm her Komm her Nein Sie läuft weg Sie läuft weg Komm zurück Komm Hä Leute Oh Komm den holen wir Alter Den holen wir von hinten Der weiß gar nicht dass wir sind Okay Dann müssen wir aber auch erstmal treffen Leute den hab ich ja voll weggeschleudert Alter Ich hab Lifestyle Oder Er trifft mich eigentlich gerade Glaub ich zumindest Oh 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 Ich hab ich hab'n Ich hab'n Ich Pfff Egal Ich hab'n I'm so sorry I'm so fancy I feel like Brad Pitt That's why I go to Tokyo I don't know the lyrics I feel like Big Smoke Was sing ich eigentlich Das geniale ist Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Zweitkanal Aufgemacht Nein Das darf ich nicht sagen Aber auf dem Zweitkanal Werdet ihr das sehen Sozusagen Ich lade da jetzt einfach Falls er überhaupt Wer drauf ist So Hör auf Please Please Let me be Oh mein Gott Nicht gut Nicht gut Okay Falls irgendeiner von euch gerade auf dem Zweitkanal ist Dann wird er das wahrscheinlich sehen Ich lade das ja Uncut hoch Was heißt Uncut Ja eigentlich Uncut Einfach so nebenbei Für den Fall Dass irgendwer das sehen will Wer will sich das bitte schon eigentlich geben Aber okay Auf dem Zweitkanal Falls da gerade eigentlich Jemand gerade schaut Dann schaut auf jeden Fall Auf dem Erstkanal vorbei Denn da werde ich das Video Auf jeden Fall mega krass bearbeiten Da werde ich mir auch Die nächsten paar Stunden dran setzen Bis morgen früh Das ist Standard bei mir Oh Da Wofür Was Wofür braucht ihr diese fette Kugel Where are you going Fünf Punkte Ne ich verstehe es immer noch nicht Ich dachte gerade ganz kurz Ich hätte es verstanden Aber nein Aber nein Micky weiß nicht Wovon der Was da gerade ist Warte ich glaube wir müssen Punkte Ah Warte jeder Kill Wahrscheinlich ein Punkt Diese Dinge hier Gibt drei Punkte Oh 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 ne oh ne oh ne oh ne Okay Jetzt hab ich das fette Teil Verteidigt mich Leute Verteidigt mich Ich muss eben kurz meine Balls nach hause bringen Alter Oh 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 Ich hab dicke Kugel... Ah! Nein! Ich bin fast da! Nein! Leute was? Warum? 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 Wir mussten mich doch nicht verteidigen! What is going on? Ihr seid zu dritt! Da war einer! Oder waren da mehr? Ich glaub da waren mehr I don't give a damn, Alter! Wir hätten es fast! Alles eure Schuld! Man sieht hier ich bin MVP! 1-3-1 Na gut ich bin nicht MVP Aber wir tun so als wäre ich MVP Der gibt 5 Punkte Ah shit ey Erstmal wegschleudern alter Nice! Alright! Oh! Oh! Oh Ko! Oh! 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 Ich check das nicht, das springt manchmal echt zu krass weg. Ah, da ist noch jemand, da ist noch jemand, Leute. Yeah, Alter. Wir sind echt gut, ey. Wir sind gut im Lauf, oder? Sind wir am Gewinnen? Sind wir das? Actually, ey, nach vier Runden verstehe ich das Spiel immer noch nicht. Ich hatte vielleicht mal irgendwie so ein Tutorial spielen sollen, aber gab es da ein Tutorial? Ich weiß es nicht mehr. Ich überspringe sowas eigentlich immer. Das ist wie Invincible. Hau rauf, Alter. Hau rauf, ich den einmal. Stopp! Leute! Ah! Okay, weg mit dir, Alter. Oh, ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann ist hier und er trinkt jetzt noch ein Bier. Der Mickey weiß alles, was hier passiert. What the fuck is going on? I don't give a shit. Komm her! Peng! Nochmal! Peng! Komm schon, komm schon! Okay. Oh! Leute, da kommen welche, da kommen welche, da kommen welche. Ah! Er hat mich zu sich gezogen! Wui! Manchmal habe ich so ein bisschen weiblichere Momente meiner Stimme, wo die Tonlage so ein bisschen... Wui! Sie geht zu hoch. Aber, so männlich wie ich bin, ich hole sie immer wieder runter, also sei das gut. Sorry for the bad jokes. That's me, that's my life. Ich hab dicke, dicke Rippen. Ich fang an zu strippen. Ich fang an zu strippen. Ich fang an zu strippen. An zu strippen. An zu strippen. Ich fang an zu strippen. Und ich sehe Hasen. Ich sehe an... Oh! Warte! Peng! Oh shit, ey! Weg! Weg mit dir! Peng! Noch mehr! Noch mehr! Noch mehr! Noch mehr! Verdammt! Das war so knapp! Da waren zu viele Leute und haben nämlich geschossen. Ich war voll im Feeling! Es ist gar nicht so bad, das Spiel. Aber... Aber schon ein bisschen bad. Aber gar nicht so bad. Das geht eigentlich. Huch! Hab ich zu viel Energie getrunken? What is going on? Zu meiner Verteidigung! Den fetten da hab ich nicht heute getrunken. Den hab ich... Teilweise heute getrunken. Ich hab den heute zu Ende... Ja gut, ich... Okay, ich hab heute wahrscheinlich... 600 Milliliter... Energy intus. Sag ich jetzt mal so. Das ist aber okay. Wo sind unsere ganzen Leute? Komm, wir gehen dorthin. Die brauchen Hilfe! Da, what the fuck are you doing over there? Kaum mehr! Das ist der gleiche wie ich! Leute! Ja! Ich bin grad voll konzentriert. Sorry! Ah! Da schi... Der gleiche Charakter wie... Ich mich getötet. Nur halt vom... Vom Weiten! What is going on? Wenn man wieder supportet. Ich hab 12... Ich hab 12 Assists. That's okay. I can take that. So, let's go. Sind das jetzt die letzten Sekunden? Was beebt hier? Wird irgendwas in die Luft gejagt. Ist hier ein ApoRed Prank wieder. Bomb Prank? Hallo? Ich check das Beepen nicht. Ich seh auch nicht, wo das hier irgendwie zu Ende sein sollte. Victory! Alter, ich hab da irgendwie... 10 Mutter... Hab ich 10 von deiner Mutter-Punkte bekommen. Nice. Gefällt mir. Und damit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge von... MAKE SPIEL TRASH GAMES OF YOUTUBE Und bearbeitet sie mit viel Aufwand, damit 10 Leute es schauen... Ungefähr so ist es wirklich. Ist leider traurig, aber okay. Ist okay. Dann bearbeite mal deine Videos 7 Stunden lang, damit das irgendwie 10 Leute es sehen. Ist okay. Bearbeite deine Videos mal 10 Stunden lang, damit 10 Leute es sehen. Ist okay. Ist okay. Okay, Joke. Ich beende jetzt die fucking Aufnahme. What the fuck am I doing with my life?